Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Weitramsdorferinnen und Weitramsdorfer, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Präsentation der Machbarkeitsstudie zur Weitramsdorfer Ortsmitte. Das Büro Umberstadt aus Weimar und Wien wurde vergangenen Jahr dazu beauftragt, eine Studie zu erstellen. Herr Ulrich Wieler und ich, Vera Lenger, wir sind Architekten und Stadtplaner und haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit dem Ortskern auseinandergesetzt und können Ihnen nun die Ergebnisse zu dieser Studie präsentieren. Wieso wird überhaupt eine Machbarkeitsstudie durchgeführt? Die Gemeinde Weitramsdorf hat sich schon im Zuge von anderen Planungen, Gedanken und Ideen zur Ortsmitte gemacht und die Machbarkeitsstudie wird diese nun konkretisieren. Bei den vergangenen vorbereitenden Untersuchungen 2005 hat man schon einige Zielsetzungen formulieren können, inwiefern sich die Ortsmitte verändern kann. Zum einen war das die Sanierung von öffentlichen und auch privaten Grün- und Freiflächen, sowie auch die Modernisierung der Bebauung und der Umbau der Verkehrsflächen. Ja, mittlerweile haben sich einige der Rahmenbedingungen doch geändert, sodass es sinnvoll scheint, sich erneut mit der Ortsmitte zu beschäftigen. Wir können mit der Machbarkeitsstudie unterschiedliche Entwicklungsoptionen darstellen, besonders aber im Bereich des Kreuzungspunktes der Straßen Ummerstadter Straße, Coburger Straße, Schlettacher Straße und Bergstraße. Wenn man sich die Ortsmitte dann genauer ansieht, erkennt man auch deutliche Mängel im Stadtbild, seien es nun die großzügig angelegten Verkehrsflächen oder aber auch die leerständigen Gebäude, die diesen Ortskern umzäunen. Für die Gemeinde ist es wichtig zu wissen, wie sie die Aufenthaltsqualität hier erhöhen kann und die bestehenden Funktionen und Nutzungen auch erhalten kann. Daher ist die Studie eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die weiteren Planungen und Schritte. Wir haben in den vergangenen Jahren auch in Weitramsdorf einen strukturellen Wandel beobachtet. Das heißt, traditionelle Arbeitgeber sind abgewandert, Belegungen von Grundstücken im Ortskern haben sich geändert. Das heißt, man ist jetzt an einem Punkt, wo es sinnvoll ist und auch gut ist, den Kern von Weitramsdorf räumlich neu zu denken und weiterzuentwickeln. Das heißt, wir müssen einfach an einem lebendigen Ortszentrum festhalten, an der Idee eines lebendigen Ortszentrums und sind jetzt an einem Punkt zu überlegen, was sind die guten Qualitäten, die diese Belebung bringen. Wir wissen, wo wir anknüpfen können. Es gibt eine sehr vitale Vereinsstruktur in Weitramsdorf. Es gibt eine vitale Bevölkerung. Das haben wir bei den Beteiligungsveranstaltungen gemerkt. Und es gibt natürlich auch eine räumliche Voraussetzung im Ortskern. Da treffen Straßen aufeinander. Da gibt es Freiflächen, die jetzt schon danach rufen, entwickelt und verschönert zu werden. Das sind alles die Qualitäten, die wir jetzt schon im Ortskern erkennen. Was für uns spannend war, ist einfach mal schnell die Baugeschichte des Ortes anzuschauen. Wir merken, wie Weitramsdorf im 20. Jahrhundert rasant gewachsen ist. Wir haben hier mal vier Karten hintereinander aufgezeigt, die sehr deutlich machen, wie rasant Weitramsdorf vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsen ist. Nicht zuletzt natürlich als Ergebnis einer industriellen Entwicklung. Und mit diesem Entwicklungsstand, mit dieser Größe, arbeiten wir jetzt. Aber das ist auch der gute Grund zu sagen, der Kern hat es verdient, dass wir ihn jetzt wieder an die aktuellen Verhältnisse von heute anpassen. Für uns ist spannend zu sehen. Wir haben hier mal das Luftbild vor uns, wie sehr Weitramsdorf von Ost nach West, also von links nach rechts, organisiert ist. Die Hauptachse der Durchgangsstraße spricht dafür. Aber was wir jetzt für die Entwicklung der Ortsmitte genauso wichtig finden, ist die Nord-Süd-Ausrichtung. Also man kann sagen, am Augraben entlang und dann gedachtermaßen über das Grundstück vom Albrechtsaal hinweg, haben wir auch eine Entwicklungsachse, der wir jetzt mit dieser Machbarkeitsstudie auch mehr Wichtigkeit zumessen wollen. Deswegen haben wir speziell auch den Augraben, wir haben es auch bei den Bürgerbegehungen gemerkt, den Augraben mal so als grüne Achse besonders betont und sagen uns, das ist auch eine Wegebeziehung, die man in Zukunft besser betonen will. Wir gehen mal näher ran an den Betrachtungsbereich der Machbarkeitsstudie. Und wir sehen hier, das ist so ein, man kann sagen, das zentrale Puzzleteil für Weidkampsdorf, was genau diese Wegeachsen und Raumachsen betrifft, von denen ich gerade sprach. Und wir haben versucht, einerseits mit dem Albrechtsaal und andererseits mit Gebäuden, die auch für dieses Zentrum sprechen, einen Umgriff zu betrachten, der, wenn man ihn quasi als Entwicklungsbereich für eine Neuordnung, sieht, dem ganzen Ort nützen kann. Wir haben heute zuerst den Eindruck, dass die Ortsmitte stark vom Verkehr geprägt ist. Das ist natürlich eher nachteilhaft. Man weiß genau, was man an diesem Verkehr hat. Das zeigt einerseits, dass wir gut erreichbar sind, dass wir in der Nähe von Coburg auch ein Ort sind, der ein attraktiver Wohnstandort ist. Aber auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, wie der Verkehr die Ortsmitte zerschneidet, wenn man so will. Auf der anderen Seite haben wir immer noch ein landwirtschaftliches Antlitz im Ort, also die großen Höfe, die zeigen, dass Weidkampsdorf einst eine agrarische Gemeinde war. Wir haben auch Bauweisen, die für diese Zeit sprechen, Fachwerkgebäude. Aber wir sehen natürlich auch, was nach 1950 an rasantem Wachstum im Ort Veränderungen mit sich gebracht hat. Man kann natürlich sagen, das Ortsbild hat vielleicht gelitten daraus, aber auf der anderen Seite hat sich damit auch viel modernisiert. Wir sehen heute, dass mehrere Gebäude leer stehen. Das sind natürlich die Problemgebäude, mit denen man umgehen muss, wo man auch am ehesten sagen muss, da muss sich was ändern. Das heißt, wir sollten vorhandene Funktionen, sprich Wohnen und Einzelhandel, wo er noch ist, beziehungsweise Begegnung und Kultur stärken. Und auf der anderen Seite probieren, neue Inhalte und räumliche Ergänzungen auch im Freigelände zu erreichen. Ja, hier sieht man dann die wichtigsten Gebäude und Orte, die vor einer Veränderung stehen können. Als erstes sehen wir hier die Schletterer Straße 1, direkt an der Ortsmitte. Das Gebäude selbst ist in einem eher desolaten Zustand und auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr bewohnt. Das wäre zum Beispiel ein Ort, den man neu denken könnte, wo man überlegt, das könnte man abtragen, um hier auch eine neue Struktur schaffen zu können. Als zweites sehen wir hier den Albrechtsaal. Der steht besonders dominant im Ortszentrum. Auch dieses Gebäude steht schon seit einigen Jahren leer. In den 1950er Jahren entstanden war es damals das Aushängeschild der Firma Albrecht. Auch wenn das Gebäude in gewisser Weise den Maßstab der anderen Gebäude in der Ortsmitte sprengt, dient es auch heute noch als identitätsstiftendes Element und weist auf die industrielle Vergangenheit in Weitramsdorf hin. Dann haben wir die Schletterer Straße 2a, der ehemalige Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde, der bislang als Versammlungsprobe- oder Gemeinschaftsraum der Kirchengemeinde gedient hat. Dennoch zeigen sich auch hier einige bauliche Mängel. Besonders im Obergeschoss wurden Gebäudeschadstoffe auch festgestellt. Daher geht man davon aus, dass eine Sanierung oder auch Renovierung nicht rentabel ist und die Kirchengemeinde würde das Gebäude aufgeben. Wir haben dann die Schletterer Straße 13, das ehemalige Feuerwehrgebäude, wo heute die Bücherei und die Pfadfinder drin sind. Diese Nutzungen sind für den Ortskern sehr gut, also sprich Jugendarbeit und Kultur bzw. Bildung. Das sind Nutzungen, die wir auf jeden Fall im Ortskern halten wollen. möglicherweise nicht an diesem Standort. Speziell die Bücherei ist sinnvoll, wenn man sie auch woanders unterbringen kann. Wir haben dann die Coburger Straße 1 als möglichen Standort einer Veränderung. Die wollen wir auf jeden Fall auch ins Visier nehmen. Wir haben gemerkt, die Ortsmitte ist für den Verkehr gut zu erreichen. Der motorisierte Verkehr dominiert sozusagen fast die Ortsmitte. Wir merken aber auch, im Rahmen der Machbarkeitsstudie haben wir das festgestellt, dass wir Freiräume brauchen, Freiräume wollen, die einer Ortsmitte gerecht werden, also die gestaltet sind, um verweilen zu können und die die gesamte Raumsituation in der Ortsmitte aufwerten und verbessern. Da haben wir zum einen den kleinen, heute relativ unscheinbaren Platz am Kreuzungspunkt der Schlettacher und der Umerstadter Straße. Dort, wo auch diese bekiste Fläche ist. Wir haben hier mal ein Luftbild, wo man den Maibaum stehen hat und diesen kleinen hölzernen Pavillon. An der Stelle, da merkt man, ist mehr oder weniger ein zentraler Platz möglich, aber er ist sicherlich auch in einer verbesserten Art möglich. Wir merken, dass wir auf der anderen Seite auch sehr viel asphaltierte Flächen haben, wo wir sagen, da muss einerseits eine erhöhte und eine verbesserte Nutzbarkeit erreicht werden, die dieser zentralen Funktion gerecht wird. Wir sehen auf der anderen Seite auch den im Moment noch in der Mitte fast unsichtbaren Augraben, der diesen zentralen Bereich unterirdisch durchzieht. Und wir überlegen oder haben überlegt in unserer Machbarkeitsstudie, wie sehr kann man diesen Augraben als Landschaftsraum, ich habe es schon genannt, als Wegeangebot aufwerten und wie kann man vielleicht sogar diesen wasserführenden Bachlauf auf dem Platz sichtbar machen. Also das Thema Wasser wäre etwas, was als gute Eigenschaft im Freiraum, in der Ortsmitte besser zur Geltung kommen kann. Wichtiger Bestandteil eines Entwicklungskonzepts, wie es hier zum Beispiel die Machbarkeitsstudie ist, ist der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben trotz des Pandemiejahres doch einige Möglichkeiten gefunden, um mit der Bürgerschaft ins Gespräch zu kommen. Gestartet haben wir mit einem großen Ortsspaziergang im Juli 2020. Es gab dann auch noch die Bürgerbefragung, wo wir einen wirklich tollen Rücklauf erhalten haben. Zusätzlich wurde auch noch ein Ortsspaziergang mit den Kindern und Jugendlichen aus Weitramsdorf durchgeführt. Und als Abschluss der Machbarkeitsstudie wird es nun im März eine mobile Ausstellung und Information zu den Ergebnissen geben. Besonders ertragreich waren die Spaziergänge. Hier wurden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unterschiedliche Orte und Punkte in der Ortsmitte angesteuert. Wir haben sie noch einmal genauer unter die Lupe genommen, haben die Eindrücke der Bürgerschaft aufgenommen und es konnten auch schon einige Ideen geschmiedet werden. Die Kinder und Jugendlichen aus Weitramsdorf wollten wir nicht außen vor lassen, denn auch sie haben bestimmte Ansprüche an die Ortsmitte. Und so haben wir die junge Weitramsdorfer Bevölkerung aufgefordert, hier aktiv auch am Ideenprozess mitzuwirken. Sie sehen das hier in den Bildern. Die Kinder konnten auch hier ihre Wünsche äußern und ihre Vorstellungen zur Weitramsdorfer Ortsmitte kundgeben. Aufschlussreich waren auch die Rückläufe und Ergebnisse aus der Bürgerbefragung. Da haben wir ihnen gezielte Fragen zum Ort, zur Ortsmitte, zum Raum gestellt. Und die zahlreichen Antworten und Ausführungen, die konnten dann schon ein sehr klares Bild zeigen. Die Ortsmitte bedarf einer neuen Gestaltung und Nutzung. Die Aufenthaltsqualität wird eher als negativ eingeschätzt. Sie sehen das auch hier an der Grafik. Wir haben mal gefragt, ob sie sich gerne in der Ortsmitte aufhalten. Und man sieht es ganz deutlich an dem Ergebnis, dass es an gerechten Nutzungen und Aufenthaltsqualitäten fehlt. Das eigentliche Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist jetzt, was die Planung angeht, in einem Plan niedergelegt, den Sie hier sehen, mit der Frage, was ist möglich? Also in welche Richtung kann man überhaupt arbeiten? Wir haben einerseits, was ganz wichtig ist, die Mischung betont. Also was ist in einer Ortsmitte natürlich außer Wohnen noch drin? Wir haben das Wohnen allerdings an den Anfang gesetzt, weil wir uns sagen, das muss als Qualität auf jeden Fall an vorderster Stelle stehen. Die Ortsmitte muss bewohnbar und auch eine richtige Zufriedenheit für alle Bewohner mit sich bringen. Das Zweite sind öffentliche Nutzungen. Und da kann man durchaus noch was verbessern. Also was ist an öffentlichen Plätzen und Aufenthaltsbereichen möglich? Wie sehr gibt es Gründe auch mal irgendwo zu verweilen? Und das Dritte sind die Verkehrsflächen. Das ist natürlich eine spannende Sache, weil alle wollen nach wie vor unbehindert durch die Ortsmitte fahren. Aber auch dazu haben wir Ideen hervorgebracht, die in die Richtung gehen, was an Verkehrsberuhigung, also sprich an Verlangsamung des Verkehrs möglich ist, um zumindest den an die Straßen angrenzenden Plätzen und Verweilorten eine gewisse Ruhe und Nutzbarkeit zu gönnen. Besonders in den Gesprächen mit der Bürgerschaft haben wir bemerkt, dass nicht nur die gebaute Umgebung oder der Freiraum in ihrer Gestaltung wesentlich für die neue Ortsmitte ist, sondern besonders auch die Funktionen, die sich dort ansiedeln können. Welche Qualitäten muss die Ortsmitte aufweisen, um wirklich zu einem attraktiven und auch lebenswerten Raum zu werden? Wir haben dann versucht, diese Wünsche, Ideen, aber auch Potenziale, die die Ortsmitte hergibt, zu sammeln und auch zu konkretisieren. Da war es wichtig zu definieren, was brauchen wir in der Ortsmitte und auch welches Angebot haben wir schon, dass wir in weiterer Folge verbessern können, an einen anderen Ort legen können und welche Funktionen sollen hinzukommen. Das Funktionsprogramm beschreibt eben genau diese Wünsche, Ideen und erforderlichen Orte, die wir dann in unsere Planungen aufgenommen haben. Die Machbarkeitsstudie, die denkt in Varianten, also wir möchten unterschiedliche Szenarien aufweisen, wie sich die Ortsmitte verändern kann und im Zuge dessen haben sich für uns drei Entwicklungsbereiche erschlossen. Das ist in erster Linie der Gemeindeplatz, wir nennen ihn auch manchmal Dreiecksplatz, wo heute der Maibaum steht, der Brunnen platziert ist, das Haus der Schlettacher Straße 1 steht hier und auch das Marktangebot vorhanden ist. Dann weiter im nördlichen Bereich entlang der Coburger Straße beziehungsweise Schlettacher Straße 2 definieren wir einen eigenen Entwicklungsbereich, der auch den wichtigen Freiraum des Augrahmens inne hat und zu guter Letzt haben wir das Albrechtareal im südlichen Bereich, das ebenso nochmal eigens betrachtet werden kann. Diese drei Teile können sich dann wie bei einem Puzzle zu einem Ganzen zusammenfügen, dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass sich Rahmenbedingungen wie beispielsweise Eigentumsverhältnisse, das Baurecht oder auch andere strategische Zielsetzungen oft bei Entwicklungen hinderlich sein können und die Betrachtungsweise dieser drei unterschiedlichen Entwicklungsräume schafft für uns und besonders für die Gemeinde Möglichkeiten und Spielräume in der weiteren Entwicklung. Im Zuge der Studie haben wir vier Varianten erstellt, wobei eine davon eine A- und B-Variante ist und diese vier wollen wir Ihnen nun zeigen und näher erklären. In der Variante 1 haben wir den Dreiecksplatz in der Mitte oder ich habe ihn vorhin schon Gemeindeplatz genannt. Diesen Dreiecksplatz haben wir fast ähnlich bebaut, wie er heute ist, also wir haben die Schletterer Straße 1 abgebrochen. Gedanklich haben sie ersetzt durch ein Gebäude, das Bürgerhaus und Bücherei aufnehmen kann und davor einen großzügigeren und besser gestalteten Gemeindeplatz offen hält, wo dann auch der Maibaum stehen kann, wo auch ein Brunnen sein kann, wo man sich eventuell auch Außengastronomie vorstellen kann, Marktstände, wie sie heute schon da sind, die Bushaltestelle kurz parken. Also eine kleine pragmatische Lösung auf diesem Platz, die sich heute eigentlich auch schon abzeichnet. Wir haben dann im Norden, das kann zeitversetzt passieren, entsprechend den Umbauoptionen auf dem Gelände des evangelischen Gemeindehauses ein neues Wohnen vorgeschlagen. Ebenso kann auf dem Gelände der Coburger Straße 1 einfach wohnen in der Figur oder in der Anordnung, die es heute auch schon im landwirtschaftlichen Bestandsgebäude sich abzeichnet, kann sich dort auch wohnen, entlang des Augrabens neu ansiedeln. Neu ist hier, dass der Augraben als, wenn man so will, als Achse für einen Weg auch dient. Das gibt der Ortsmitte nochmal eine ganz andere Ausrichtung. Das wäre auf jeden Fall eine wünschenswerte Geschichte. Im Süden, auch das kann sich zeitversetzt entwickeln, kann auf dem Gelände des ehemaligen Albrechtssaals, nachdem er abgebrochen ist, neues Wohnen und ein kleiner, eher so halb privater Quartiersplatz entwickeln. Das wäre eine große Bereicherung, weil man auch damit diesen Bereich durchlässiger machen kann, man kann dort auch quasi im Maßstab des Ortes jetzt bauen und hätte nicht mehr dieses große Bauvolumen des Albrechtssaals, was ja im Moment wie eine Art Barriere wirkt. Man kann sagen, bei dieser Variante bleibt die Ortsmitte an ihrem bisherigen Platz. Es kommen neue Nutzungen hinzu. Auf jeden Fall ist eine freiräumliche Aufwertung geplant und das Albrecht-Gelände kann als Neubebauung eine ganz neue Durchlässigkeit in der Ortsmitte herstellen. Wir könnten auf jeden Fall auch mit einer Mini-Gastronomie, mit einem Café und einer Bäckerei eine Belebung schaffen, die auf jeden Fall auch gewünscht ist. Und wir würden diese Variante als eine kompakte Entwicklung in der Ortsmitte bezeichnen. Die Variante 2a sieht die Anordnung des Bürgersaals auf dem Grundstück der Coburger Straße 1 vor. Das heißt, die öffentlichen Funktionen, der öffentliche Platz wäre weiter im Norden. Wir haben in der Variante 2a sogar eine Scheune des Bestands stehen gelassen und können uns vorstellen, dass diese Scheune ausgebaut eine ganz gute Raumwirkung gibt, um diesen Bürgersaal und die Bücherei aufzunehmen. Wir haben auch hier die Wegebeziehung über den Augraben nach Norden und haben jetzt in der Mitte an diesem Dreiecksplatz, den ich mal Gemeindeplatz genannt habe, eher eine bescheidene und auch relativ geschlossene Wohnbebauung, die für sich ein guter Standort ist zum Wohnen, aber eben jetzt keinen öffentlichen Platz mehr aufnimmt. Ganz im Süden, auf dem Gelände des Albrechtsaals, ist auch hier wieder die durchlässige Neubebauung vorgesehen. Die Variante 2a hat folgende Eigenschaften. Man hat jetzt den öffentlichen Platz eher vom Verkehr weggenommen. Er sitzt weit am Norden, ist eher an den Naturraum des Augrabens angebunden und wir haben den Dreiecksplatz als zentralen Wohnbaubereich entwickelt. Das kann sehr reizvoll sein, weil es dann auch mit der bewohnten Fläche auf dem Albrechtgelände korrespondiert, auch zusammen so eine Art neues Quartier ergibt. Die Variante 2b ist eigentlich nur eine Spielform der soeben geschilderten Variante, wobei auf dem Grundstück der Coburger Straße 1 nun auch keine Scheune mehr steht. Also man hat dort allen Bestand abgetragen und baut nun ein Bürgerhaus, ein neues Bürgerhaus mit Bücherei, inklusive Leseterrasse, eher in den westlichen Teil des Grundstücks und hat dann zum Augraben hin einen großen öffentlichen Platz, der die Wasseranbindung auch freiräumlich nutzen kann. Auf dem Dreiecksgrundstück in der Mitte und im Süden auf dem Albrechtsgrundstück ist alles so wie bei der Variante 2a auch. Bei dieser Variante kann man mit einer Neubebauung auch tatsächlich das Grundstück der Coburger Straße 1 neu ordnen und man hat den Wasserlauf optimal in den Platz integriert. Die Variante 3 ist gewissermaßen auch wiederum eine Spielform der Variante 1, sprich wir entwickeln hier das zentrale Dreiecksgrundstück mit Bürgersaal und Bücherei, gestalten einen Platz. Auf dem Albrechtsaal-Gelände ist wieder eine neue Quartiersentwicklung mit Wohnen und einem kleinen Café vorgesehen und im Norden würde man erstmal alles belassen, außer dass das evangelische Gemeindehaus abgebrochen wird, was aus der, wie man so will, baulichen Bedingung auch nahe liegt. Dort könnte man als Zwischennutzung parken, was aber wirklich nur eine Zwischennutzung ist, ist keine optimale Nutzung, denn das Grundstück ist zu wertvoll. Also auch da müsste man die Entwicklungsmöglichkeiten der vorgenannten Varianten berücksichtigen. Also da kann man wunderbares Wohnen, ruhig und grün gelegenes Wohnen etablieren. Der Vorteil dieser Variante 3 ist, dass man zeitversetzt einzelne Entwicklungsbausteine in der Ortsmitte umsetzen kann. Man wäre also mit der Entwicklung des Dreiecksplatzes schon mal einen großen Schritt weiter und könnte dort schon sehr viel Neues an Qualitäten einrichten. In der Variante 4 würde der Albrechtsaal bestehen bleiben. Er würde saniert. Die Machbarkeitsstudie hat allerdings herausgefunden, dass die Sanierung eine sehr kostspielige Sache sein würde. Also das hätte nur einen Sinn, wenn es einen tüchtigen Investor gibt, der das auch mit unterstützt. Dort könnte man allerdings sehr vieles unterbringen. Gemeindesaal, Bücherei, Jugendräume, allerdings auch noch mehr an Büroflächen, Arztpraxen und Wohnen. Der Dreiecksplatz würde als kleiner, bescheidener Platz mit Wohnen, aber auch einer Mini-Gastronomie oder einem kleinen Café belebt werden können. Das heißt, wir würden dort die freiräumlichen Qualitäten, die wir für so eine zentrale Lage wollen, nämlich dass man sich auch treffen kann, auf jeden Fall schaffen, weil wir sie eben auf dem Grundstück des Albrechtsaals nicht schaffen können. Im Norden wiederum würde man erstmal alles belassen, wie es ist. Das wäre auch so eine Mischung aus den Varianten vorher. Man sieht, also man kann in der Ortsmitte von Weitramsdorf mit verschiedenen Bausteinen relativ viel erreichen und es muss nicht alles gleichzeitig passieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis der Machbarkeitsstudie. Wir hätten allerdings mit der Sanierung des Albrechtsaals eine ungeheure Baumasse zu füllen. Das ist wahrscheinlich die Hauptschwierigkeit. Das eine sind die Kosten der Sanierung. Das andere ist die Füllung der Baumasse mit sinnvollen Funktionen, die auch den Umbau und die Sanierung kostenmäßig rechtfertigen. Wir haben nun mal so Perspektiven gezeichnet, wo man erkennen kann, welche Veränderungen wir in der Ortsmitte überlegen. Das eine ist die Gestaltung des Dreiecksplatzes mit Bürgerhaus. Also das wäre zum Beispiel die Variante 1. Was hier auch sichtbar ist, wir wollen auf jeden Fall auch die Straße mit einem Belagswechsel in den Platz integrieren. Also wir machen sie nicht schmaler, aber wir schaffen zumindest durch diesen Belagswechsel, wenn man so will, eine psychologische Verlangsamung. Also wir wollen den Durchfahrenden dann signalisieren, jetzt Seite in der Mitte und fahrt langsamer. Also das muss noch ausgetestet werden, mit welchen Mitteln man das Langsamfahren wirklich dann erreicht. Wir machen keine Poller und wir machen keine Verkehrsberuhigung, bauliche Verkehrsberuhigung, aber es sollte zumindest eine gestalterische, Verkehrsberuhigung vorgesehen werden. Die zweite Perspektive zeigt die Variante mit dem Bürgerhaus auf dem Grundstück der Coburger Straße 1, also dort, wo der Augraben anfängt, beziehungsweise weiterläuft nach Norden. Und in dieser Variante, das ist die Variante 2a, würde man die bestehende Scheune als Gebäude erhalten, um dort Bürgersaal und Bibliothek unterzubringen. Die dritte Perspektive zeigt nur die Variante zur soeben gezeigten, also auch da sind wir wieder auf dem Grundstück der Coburger Straße 1. Nur ist jetzt die Scheune nicht mehr da und wir haben einen Neubau-Gemeindesaal an die westliche Kante des Grundstücks gerutscht. Und wie bei den Plänen schon erläutert, haben wir hier jetzt den Zugang zum Augraben auf der gesamten Breite, also man hätte quasi so eine Verbindung von Wasser und Platz in einer ganz großzügigen Art. Die vorgeschlagenen Varianten, die zeigen nun ein gutes Spektrum an Möglichkeiten, die sich unterschiedlich auf den Raum auswirken werden. Für die Gemeinde, die Bürgerschaft oder auch allen anderen möglichen Partnern, dienen diese Varianten, die Machbarkeitsstudie, als Grundlage oder auch als Denkanstoß für die weiteren Schritte. Wie geht es aber nun weiter? Wir haben Ziele und Empfehlungen zusammengefasst, die nun in der Mitte von Weitramsdorf weiter verfolgt werden können oder sollen. Das ist zum einen neue Räume schaffen. Wenn man die Mitte von Weitramsdorf neu entwickeln möchte, heißt das auch, Veränderungen zuzulassen. In den Planungen holen wir wichtige öffentliche Nutzungen zurück ins Zentrum. Mit einem Gemeindesaal, der Bücherei und den attraktiven Verweilmöglichkeiten schaffen wir Treffpunkte für drinnen und draußen, die das Zentrum beleben und zusätzliche Attraktivität schaffen. Sitzgelegenheiten, Grünanlagen und auch die Integration des Wassers werden hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Ortsmitte bleibt aber auch durch den Durchgangsverkehr lebendig. Um diesen starken Verkehr allerdings etwas die Kraft zu nehmen, kann mit einer entsprechenden Gestaltung auch eine angemessene Verkehrsberuhigung gelingen. Die Studie hat zu guter Letzt auch die Möglichkeiten des innerörtlichen Wohnbaus geprüft. In der Ortsmitte lassen sich kompakte Bauformen verwirklichen. Zu beachten ist allerdings auch, unterschiedliche und solche Wohnformen anzubieten, die in dieser zentralen Ortslage auch besonders sinnvoll sind, wie zum Beispiel Seniorenwohnen oder auch Familienwohnen. Die nächsten Schritte für nach der Machbarkeitsstudie werden sein, eine Fördergrundlage zu schaffen und das insbesondere für die öffentlichen Räume oder auch für eine Projektentwicklung auf dem Albrecht-Gelände. Zudem ist die Studie auch ein gutes Mittel, um private Eigentümer oder auch Investoren mit möglichen Entwicklungsideen bekannt zu machen und anzusprechen. Wichtig wird vor allem sein, ein Wettbewerbsverfahren einzuleiten, das sowohl städtebaulich als auch im Freiraum, als auch objektbezogen im Hochbau, klare Aussagen und Gestaltungsempfehlungen treffen wird und wo das Ergebnis Voraussetzung für die weitere Bauleitplanung sein kann. Da sich das große Interesse und auch die Mitwirkungsbereitschaft in der Weitreimsdorfer Bürgerschaft besonders auch in unserem Prozess schon gezeigt hat, empfehlen wir auch die Fortsetzung des Diskurses zur Ortsmitte und hoffen, dass Sie sich weiterhin so engagiert in die Gestaltung der Ortsmitte einbringen werden. Daher möchten wir Sie auch nun auffordern, Ihre Gedanken zur Machbarkeitsstudie mit uns zu teilen. Wir haben dafür eine Online-Umgebung für Feedback gestaltet, die Sie auf der Weitreimsdorfer Homepage abrufen können. Sie finden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie auch auf den Plakatwänden der Gemeinde Weitreimsdorf in der Ortsmitte. Sollten denn noch Fragen aufkommen, können Sie sich gerne direkt an die Gemeinde Weitreimsdorf wenden oder auch an uns von Umbaustadt. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Anregungen. Aufmerksamkeit und Erregungen.